Stadt und Land. Wie unterscheiden sich die Leute da? Menschen in der Stadt umgeben sich ja nahezu ausschließlich von menschengemachten Prozessen und auch menschengemachten Dingen. Und das ist bei uns nicht so. Wenn du auf dem Land lebst, dann bist du umgeben von natürlichen Prozessen. Du gehst anders durchs Jahr. Du siehst, was blüht, was grün zuerst dieses Jahr, die Esche. Ich bin total bei dir auch. Aber ich bin nicht bei dir insofern, dass ich glaube, alle, die in der Stadt sind, sind jetzt auch nicht irgendwie weg aus der Welt. Also die merken auch, wenn sie ihr Wagen parken unter der Linde, oh, jetzt blüht es. Also es ist ja nicht so, dass man in der Stadt raus ist aus täglichem Begebenheit. Aber du, das habe ich doch auch nicht gesagt. Nein, ich sage nur, das Einzige, was, glaube ich, gerecht verteilt ist, ist, glaube ich, irgendwie die Ignoranz, ob du auf dem Land bist oder in der Stadt.